Hey, ich bin Let's Play und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Treasure Wars. Nach einem Dreivierteljahr geht es endlich weiter und zwar zusammen mit dem Tanzbär und dem Phantamiau. Hallo. Geht's dir gut? Nee, ihm geht's nie gut. Ich fasspritsche. Nee, zieh. Oh ja. Oh, fasspritscher-Modus ist aktiviert. Oh ja. Ich bin weiter runtergeflogen. Was du, das wegen dir? Konnte ich das nicht machen? Wegen dir? Weil du in mir drinnen warst? Echt? Ja? Nee, ich wollte zu den Tiers bauen. Achso. Ich bin auch runtergefallen. Ich hab gedacht, du warst in mir. Mann, was ist das? Warum durst du so fasspritschen? Warte, da hat sich grad irgendwas geöffnet, ein Feedback-Hub von Windows, das will ich nicht. Sorry. Ey, wie schlecht kann man hier spielen? Ich, wir haben gerade noch... Ich hab hier dir das. Ich hab hier gerade eine Viertelstunde gespielt, schon davor, oder vielleicht sogar länger. Und da hab ich fasspritschen können wie ein junger Gott. Da war ich der allererste in der Mitte. Und jetzt mach ich so ein Bad Game. Und grad da nehm ich auf. Bad Game. Ja, ich hab den Bot aufgewertet. So, ich bin da. Hier ist ein Krieg zwischen zwei Leuten. Wenn sich zwei Leute freuen, freut sich der dritte und ich bin verreckt. Äh? Ja, das kennen wir. Du musst dich jetzt freuen, Valentin, weil du gestorben bist. Juhu! Juhu, Tien! Willst du ein Blöcke? Ich will ein Schwert. Oh, jetzt... Aber davor genieße ich meinen Obstgarten. Ach nee, Tien. Obstgarten reinhauen. Tien, weißt du was ich jetzt hab? Reinschaufen, was das Zeug hält. Einen großen Obstgarten. Was bist du für ein Obstgarten? Großer Obstgarten. Dein Bauch ist ein großer Obstgarten. Ja, aber auch nicht. Oh, da ist einer. Oh, der hat jetzt viel. Ding, der hat jetzt viel? Oh ja, der hat ja nicht einmal ein Schild, der Hacker. Oh nein, der hat ein Schwert. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Er kommt. Einer mit dem Sieherschwack kommt. Kommt an und auf. Warte. Es kam fast an. Okay, warte. Gehen wir zu gelb. Mist, was? Obstgarten ist lecker. Nee. Ich glaubt. Du hast ihn auch runtergeschluckt, wie ich dir meinen Kosten haben lassen. Gelb hat den so schlecht eingebaut. Du rennst von Geistern weg. Mehr aber auch nicht. Oh mein Gott, der eine kämmt auf den Schatz. Alter, der trifft mich gut. Nee, gelb ist ein Hacker. Ja, gelb ist... Und da ist unser Schatz weg, weil Rot war. Boom, ich bin runtergeflogen. Nein. Nein. Ey, dieser Facktyp, nee. Fokus auf Fanta Miau. Warte, ich tu jetzt schon einen Handklatschen-Effekt reingeben. Ins Video. Das kommt da jetzt rein. Das passt perfekt. Ey, es ist ein Hacker. Hau den nächsten Runter. Hau den nächsten Runter. Ja, du bist gelaut. Das kriegst du hin. Nee, das ist so ein Hacker. Das ist so ein Hacker. Ey, das war so ein Hacker. Next Game. So, dann werden wir hier in der nächsten Runter. Let's go, weil er geht. Ich wollte eigentlich keine Begrüßung reden, weil ich die Zwischenrunden ja da immer wegschneide zwischen den Runden. Und dann kommst du damit... Wie kommen wir in der nächsten Runter? Wir spielen auf dem... Ey, ich glaube, neuen Map... Ja, ist eine neue Map Autumn. Danke für die Blöcke. Ich gehe... Kein Ding. Und übrigens, wenn ihr euch wundert, warum hier Herzen rauskommen aus der Mülltonne, dass der Tanzbär liebt sich selber. Ey, welche verkackte Drecksau rennt mir da jetzt schon wieder rein. Ey, der rennt mir auch immer hinterher. Ich glaube, es ist der Fanta mir auch. Ich bin in der Mitte. Mitte. Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Let's go. Let's go, Jungs. Let's go, let's go, let's go. Wie? So. Es baut keiner noch. Da kommt Gelb. Da kommt Gelb. Kommt's. Ja, warte. Wir bauen uns einen Schatz ein, Junge. Professorisch. Ich hab den einen runtergeschubst, Nass. Und tuhl's. Ey, ich hol gerade so viele in der Mitte. Ihr müsst Mitte kommen mit dem Schwert. Hab ich eh schon, aber ich... Ja, ich hol Emeralds, aber irgendwer muss mich beschützen. Nein, komm, es kommt Gelb. Wir sind eh beide da mit einem Schwert. Also ich... Nein, keiner hat ein Schwert. Ich find's. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Komm her, Havara. In deinem Bobskin. Hacker... Hacker... Hacker-Skin. Ey, das war ein bastig GHG. Ja, wollte ich auch grad sagen. Pfff. Ich bin tot. Da war einer hinter dir und der hat mich mit einem Schlag einfach weggehexelt. Ich hab den Emeralds. Ich geh, ich geh. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ich geh, geh, geh. Jesus. Also... Ich hab 10 Emeralds. Nein. Du schleißt dich hier. Bam. 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 Wow. Ich hab einem gerade zwei Emeralds abgemurkst. Da kommt wieder Bastig GHG. Nein, der kommt, der kommt. Bastig GHG kommt. Bastig GHG kommt. Komm. Mach kein Auge. Oh, oh mein Gott. Danke. Äh, mehr von raus, ein Schwert? Ich hab sieben Schwerter. Sieben? Ja. Und Spitzhange hab ich... Ich hab alles. Warte, ich... Ja, ich muss regenerieren und Rüstung kaufen. Weißt du was? Ich muss gewinnen. Stimmt. Das war ein Außer. Oh ja. Da kommt ein Rote, da kommt ein Rote. Hab einen. Der Rote ist schon bei euch. Der war ja uh schnell noch. Aber den kriegt ihr schon. Der ist doch so ein Fast Bridger. Ja, lech. Lutsch. Wenn ich manchmal doppelt hab, das liegt daran, weil bei Discord dieses Hintergrunde-Effekt mich dann so komisch ziehen lässt und deshalb hab ich das jetzt ausgemacht und deshalb hört sie mich und manchmal jetzt doppelt. Pfff, so los. Oder weil wo einer Let's Play und ich in einem selben Augen bin. Leider. Oh nein. Okay, okay, okay. Randa, randa, randa. Zock. Direkt. Flaufen, flaufen, flaufen. Zack. Oh nee, die Rote. Ja, die Rote ist so eine Hakerin. Ich wollt grad sagen, da sind blauer, aber das sind ja wir. Ihr müsst kommentieren. Das Reden hab ich verlernt. Ja, ich mein, hab ich halt. Ich hab 10 Emeralds. Ich hab 20 Emeralds insgesamt. 10? Erzähl, ich hab ein Schwert. Ich hab ein Schwert. Kuss auf die Nuss. Jetzt haben wir 22 Emeralds. Bald kann sie ja nicht ein Tier aus dem Kaufen. Oh mein Gott. Ich geb dir nie wieder ein Tier aus dem Team. Das war's mit uns. Digga, er ist einfach gerade so runtergegangen. Na komm, da kommt ein Gelber. Ich weiß. Ihr müsst ihn besiegen, ich bin mit. Nepomuk feidet hier. Äh, ich komm von... Ich hab ihn. Oh, ich hab schon gedacht, du wurdest genommen. Mein Halt. Da ist ein Rote. Nein. Der Rote wird mich holen. Ich verteidige. Komm. Ja. Ich hab sieben Emeralds. Nein. Komm, der hat mich drei Shotdown gemacht. Der hat so gut, dass er geholbt. Ja, äh, sieben Emeralds hab ich noch mal. Wir sind übrigens die Teddybärgruppe. Ja. Ja, weil alle den Skin haben. Äh, ne, Nepomuk, ich komm noch mal von hinten. Ja, der braucht einfach ab. Oh, ich hab sie mit der Eisenrüstung runtergeschubst. Okay, ich hol Sparakte. Jetzt kann sich jemand Tierrüsten kaufen. Ich. Ich, ich, weil ich sie hol. Ich, ich hol. Ich hol's dir. Ich hab einen Sparakte noch. Ich hab gegen Blöcke unten. Gelb? Gelb lebt noch. Ja. Ich geh zu Gelb mit Nepomuk. Ja, okay, ich hol mir Tierrüstung. Hab keine Blöcke mehr. Ich hab... Hä, wam? Da kann man ja eh rennen. Äh, ne, Womuk? Ja. Hey, ho! Spirits in my hand and he won't on. I got open some my hand and he won't on. Spirits in my hand and he won't on. Hör auf. Nee, bei der Aufnahme nicht. Der, also, das ist dieser bastige HG-Typ. Den seh ich gar nicht. Oh. Okay, warte. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab den Schatz. Nice, nice, nice. Ich hol immer. Das war ein Schmerzer. Welcher Schmerzer? Achso, von deinem, von deinem, äh, Obstgarten. Ob, Ob, Garten. Ich bin mit, da, Oma. Ich bin mit und hab schon vieles Marek-Dost. Warum ist da jetzt grad irgendjemand auf Discord gelieft? Äh, neppomuk. Bot. Wahrscheinlich ist sein Handy ausgegangen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich hab jetzt ne Iron-Rüstung. Ah, da ist er ja wieder. Ja, ich bin ausdränglich. Oh, 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 oh. Neppomuk. Du kannst ja, äh, Iron-Rüstung holen. Ich hab was für dich. Ja. Ich hab einen. Der hatte Tier-Schwert. Oh mein Gott, ich hab jetzt Tier-Schwert und Tier-Rüstung. Da gab's ein paar technische Probleme bei Phantom-Miau. Zusammen mit Phantom-Miau. Alter, hab ich genug für ein, äh, Waffe, nee, oder? Ich hab ein Tier-Schwert. Ich hab nur für das. Ja, ja, kauft euch, ich kauf euch, ähm, Tier-Rüstung dann. Neppomuk, wir gehen jetzt zu zweit auf das Team links von uns. Das ist grün, also ist schon ausgelöscht. Blööö. Dann gehen wir auf gelb. Ne, gehen wir auf rot. Gelb ist sch... Äh, gelb. Äh, roter kommt von uns. Roter, roter, roter. Zu uns. Neppomuk, verteidigen! Ich komm von hinten. Das ist ein Wirtschaft. Wir werden was, die's nicht haben. Also... Ich hab 19 Smaragdien. Komm, Neppomuk, komm. Ey, warte, ich kann nicht fast nach dir, Rüstung kaufen. Wozu? Ich bin besser, äh, äh. Ich denke, das ist so ne gute Runde. Wir haben gewonnen, eigentlich. Ne, das haben wir vorher auch gesagt, und da waren wir zweiter oder dritter. Kommt, da kommt rot. Rot, rot, rot. Rot ist ja noch über mich gebridged. Über mich. Rot, sonst. Ja, rot ist eh. Warten! Junge. Nein, rot, rot, rot. Rot bei uns. Ja, ich hab ihn. Ja. Ich baue zu. Ich baue zu. Kommt sie, bitte? Ja, warte, ich baue noch den Stadts an. Bisschen. Das ist rot, das ist rot. Ja, rot kann eh kommen. Ich bin... Ich hab 23 Smaragden. Ich leg den in der Test. Oh, rot. Rot kommt zu uns. Mann. Rot greift mich an. Ja, bin tot, verdammt. Okay, ich bleib hinten mal. Ey, war... Eisenrüstung wurde stärker gemacht, ne? Der hat ne Verzauberung jetzt. Ach, da bist du auch... ...vohl draufgekommen. Könnt's ja bitte zu gelb kommen. Ja, okay. Über die Diamantenwege. Hat keiner gesehen. Bist du runtergeflogen? Ja. Oh, das, äh, ja. Das war's dann nicht. Bin lieber nicht drüber. Da ist... Das war's. Das war's. Der kommt jetzt. Was? Was? Hä? Ja, rot war's. Oh, ich glaub, rot heckt halt auch einfach. Ja, der eine Rote, Mann. Ihr braucht die Rüstung. Können wir jetzt endlich mal ein Gelb auslöschen? Wer baut das so blöd? Ich. Nein! Ich bin nicht blöd. Gut, wir haben einen verloren. Wieso bin ich so blöd? Das kann ich dir... ...nicht wissen. Mann, ey, das ist so langweilig. Nepomuk zerstörs. Die Chance hat alle nicht mehr. Der Schatz ist schon... Der Schatz ist schon zerstört. Mein Kind, der Schatz ist schon zerstört. Ich seh dir hin doch. Was? Aha. Ja, aber ich hab auch einen anderen Hops genommen. Ja, Vater, wir holen uns nur. Ja, wir sind alle... Wir sind alle tot, außer Nepomuk. Ihr Euler. Ihr Euler. Wirst du das schaffen auch? Ja, drei Minuten. Geht zu einem gelben. Jawohl. Ja, da geht... Ja, nein, der Tier ist dann. Jawohl, der Stur. Wenn ich ihn runterhauen kann, haben wir es. Die machen Zartraffer. Warum, ich mach Epic Zähnen. Mit so Gauding. Was mach ich? Ich versuch. Ich mach ein Stück hoch. Oh mein Gott. Jetzt geh rein, die sind low. Die sind low, low, low. Anderen. Jetzt rein da. Ja, der ist so low. Ja, aber der hat auch noch schwarz, gell? Ja, und? Ja. Ja, das... Oh, 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 oh nein. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Nein, Traum. Ja, ich glaub, das war nur einer, aber der hat alle zerstört. Ja, eine Runde geht noch, oder? Na, komm. Äh, eigentlich nicht. Sag einmal, die Leute müssen ja keine 30 Minuten wieder sehen. Komm mal, bitte alle in den Hub. Ja, ich bin... Ja, ich bin sie ja. Und stellt euch bitte zu mir. Danke, ja, bin ich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr euch gerne eine positive Bewertung da lassen. Schaut bei den anderen vorbei. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.